Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Es gibt mal wieder einen Livestream, beziehungsweise sogar gleich zwei. Und zwar heute und morgen um 19 Uhr stream ich wieder Assassin's Creed. Wir werden weitermachen, werden so, denke ich mal, so wie beim letzten Mal circa zwei bis drei Stunden spielen. Und danach werde ich den Livestream entweder beenden oder je nachdem, wie viele Zuschauer dann noch zusammenkommen, vielleicht ein bisschen Minecraft Minigames oder The Binding of Isaac spielen. Das weiß ich halt noch nicht, je nachdem, wie viel Laune ich habe, wie viele Leute da sind und so weiter und so fort, können wir gucken, ob wir den Stream dann irgendwie anderweitig noch fortführen werden. Link zum Stream findet ihr unten in der Videobeschreibung auf twitch.tv slash nestflow. Und ja, wir starten, wie gesagt, um 19 Uhr dann. Wäre schön, wenn ihr dabei sein würdet, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Also wie gesagt, heute und morgen um 19 Uhr. Bis dann, ich freue mich auf euch. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.